Die Emotionen musste man im illegalen Kampf zurückstellen, soweit es überhaupt ging. Es war vorher, bevor die Nazi einmarschierten bei uns, so, dass von den 33 Aktiven im antifaschistischen Widerstand elf Genossinnen waren. Die haben das Gleiche geleistet wie die Männer. Und da musste ich einmal unfreiwillig küssen. Das hören die Schüler, wenn ich in einer Schulklasse berichte, immer mit Vergnügen. Wir wurden nämlich beim Plakatekleben von einer SS-Streife erwischt, die ganz außerplanmäßig auf einen Weg kam, auf den sonst nie eine Streife ging. Und während ich klebte, sagte ich, oh, die SS kommt. Ich habe dann instinktiv meinen Rücken an das Plakat geklebt. Es war kalte Jahreszeit, mit meinem Mantel, dem Klebeeimer verdeckt und so weiter. Und sie schmickte sicher an mich und sagte, jetzt müssen wir küssen, das ist Vorschrift. Und dann haben wir halt geküsst, um die SS-Leute zu täuschen. Und die dachten tatsächlich, das ist ein Liebespaar. Und die waren frech genug zu sagen, küssen genügt nicht. Denkt dran, der Führer braucht Soldaten, der Führer braucht Nachwuchs. Wir sind noch mal mit klopfenden Herzen an einer solchen Sache vorbeigekommen. Aber das hatte nichts mit Emotionen zu tun. Das war der Not geboren. Sonst hatten wir also ja Verbindung zu unseren Funkerinnen, die also im Ausland waren. Aber das beschränkte sich ja zunächst mal auf Funkverkehr oder auf verschlüsselten Briefverkehr. Und natürlich, wenn ich mal in Eger war, auf Urlaub, oder da ich also immer wieder mein Glasauge brauchte, sagte ich also zu dem Truppenarzt, ja, also die in Warschau können keine guten Glasaugen machen. In Wiesbaden macht man die besten Glasaugen. Dann habe ich einen Marschbefehl von der Front oder von der Nähe der Front, von Russland oder von Polen, nach Wiesbaden bekommen. Dann habe ich halt einen Umweg über Eger gemacht. Und dann teilte ich halt der ein oder andere mit, ich bin in der Zeit in Eger zu erreichen, kannst du nicht auch dahin kommen. Also da traf man sich dann schon mit Genossinnen, die in Norwegen oder die in Kopenhagen waren. Das andere klappte meistens nicht. Das war ja sehr schwer, dass man so einen Urlaub aufeinander abstimmte. Aber das war natürlich dann ein Erfahrungsaustausch, der gründlich war, weil man eben durch Funkverkehr oder durch verschlüsselnd Briefverkehr sich auf Telegram-Stil verständigen musste. Und jetzt konnte man also gemeinsam analysieren, was ist da passiert, was muss man da machen. Also solche Treffs gab es. Aber das war eigentlich eine Sache, die relativ frei war von Emotionen. Da ging es nüchtern darum, was kann man als Antifaschist erreichen und was geht unter diesen Bedingungen nicht.